Hallo Leute, hier ist euer Dragons AI und jetzt machen wir auch Minecraft war und was so beliebt ist mache ich ein DÖ DÖ und wir sind heute nicht allein weil wir ein Partner hier haben der sagt kurz mal hallo Hallo und wie ihr seht habe ich hier schon ein kleinsten angefangen aber wir sind eh nur gelaufen und gelaufen und deswegen ja ähm ja ja und sie werden halt hier oben bauen und der Kurs im Platz also ich hätte dachte wir bauen unten am Strand so um Polo so oder hier so ein Schrott halt und ja um wo man spielst du Herro Ferkel wo ein Schwein mit Borger Höhler ergeben es auch nicht hin Scherberst die Trau springt mir mit mir und die ich habe ich gucke mir ein paar Setzlinge ab und ohne wie das heißt ähm, ja äh wui, ein bisschen Action ähm, wir toll, ich habe meinen Platz verloren, wo waren wir? ach, hier oben, ja ähm, ich glaube, wir sollten doch erstmal Aira abbauen, oder? ähm, wir machen uns einfach einen kleinen Mini hier unten so mal haben wir einen kleinen Eingang hier ja kein so, wie baut es auch Spitzhacken und so ein Schrott alles, was man halt braucht für die moderne Welt ähm, ich springe mal eine kleine Treppe hier so, ja ähm ähm, müssen wir noch fünf Steiner Bohnen hier dann kann man auch Spitzhacken bauen, geht aber viel schneller so ja ähm, ja und Stimmen muss man bauen und muss den jetzt ne, Wiener verdammt, ich habe vergessen, es ging um, ja ich bin gerade noch mal kurz mal ähm ähm und hier also wir haben ja gleich unsere Werkbank und dann können wir auch noch Spitzhacken, geht auch alles viel schneller und ja ja ja, es geht schon viel schneller so Kohle Kohle Kohle, Kohle, Kohle Knete Knete, 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 Knete ähm, warum singe ich das eigentlich? ich bin nicht allein ähm ähm wir werden auch ähm ein großes Haus bauen also ich werde versuchen eigentlich auch dieses Haus zu bauen ich versuche es zumindest ähm ihr könnt so auch Kommentare hinschreiben, wie es bauen sollte wie ihr vielleicht ein gutes Haus gebaut habt aber halt jetzt alle Häuser gut eigentlich ähm also man kann es auch per E-Mail schicken die E-Mail sage ich dann auch irgendwann noch an irgendwann halt ähm und so hat Spitzhackausgleich kaputt ist auch nicht so schlimm und wir werden erstmal aus Erde ein kleines Haus bauen als Schutz ja, wir haben auch kein Holz haben erstmal, aber wir werden dann schon das gemütliche Holz ausbauen und so war mein Freund hat schon also ich und mein Freund habe schon Ideen, zum Beispiel ein Champagnerbecken das aber andere Sachen sind noch geheim und mein Freund und mein Freund will kurz mit euch reden und wir halt die Weiterbauer also wir werden das Haus jetzt einfach nur aus Erde bauen wir werden das Haus jetzt einfach nur aus Erde bauen, damit wir dann uns Vorschläge schicken könnt, wie wir es bauen sollten oder können ja und hier machen wir jetzt eine kurze Aufnahmepause und ja tschüss, bis gleich tschüss Vielen Dank.